Hallihunruhleute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FOWERJARL! In der letzten Folge haben wir hier diese komische Insel freigeschalten, wo ein Rätsel drauf war. Und ja, mal gucken, ob wir es lösen können. Viel Spaß! 3, 7, 2? Muss man den einmal dreimal schlagen, dann siebenmal, dann zweimal? 1, 2, 3, warten, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, warten, 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 1, 2. Ist absolut gar nichts passiert. Was kann das bedeuten, dass man hier einmal rumgehen muss? Oder sind das 3 Schritte nach links, 7 Schritte nach oben, 2 Schritte nach rechts, hier ist der Schatz. Keine Ahnung. Ja. Ja. Keine Ahnung, muss ich mir später nochmal angucken. Ihr könnt mir gerne einen Tipp geben, aber bitte nicht spoilern, was man da genau machen muss. Wir müssen immer noch eine Minute warten, bis wir das Ding hier aktivieren können. Haben wir denn genug für die Bank inzwischen? Ja. Gut, dann setzen wir die zweite Bank auf jeden Fall daneben, was nicht passt. Verdammte Hacke. Setzen wir die Banken halt woanders hin. Tschüss, komische Bank. Man kriegt ja zum Glück alles, was man da reingesetzt hat, auch wieder raus. So, dann wird das hier unsere Bankeninsel, oder? Oder welche Insel soll unsere Bankeninsel werden? Hier ist auch wieder so viel Stuff gespottet, das wird unfassbar. Du musst die Welt weiter vergrößern. Okay. Ah, heißt das, wie viele Insel man haben muss? Okay, keine Ahnung. Komme ich bestimmt noch früher oder später drauf. Okay, aber dann danke schon mal für den Tipp. Momentan. Dann setze ich hier jetzt die beiden Banken hin. Dann wird das unsere Bankeninsel. Zack, zack. Ich glaub, das war dumm hingesetzt, oder? Weil die spawnen immer ihre Sachen nach unten links. Ja, das war dumm. Da, 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 wieder abbauen. Ich find Banken passen auch viel mehr auf die andere Insel da. Einfach in die Sahara rein. Ah, jetzt kann ich hier gar nichts mehr aufsammeln. GG. Kann man das ablegen, ohne dass es... Das ist ja super lame jetzt. Wirtschaft. Na toll, jetzt kann ich genau den Kack nicht einsammeln, den ich hier brauche. Dein Ernst? Okay, wir essen einfach den Fisch. Gibt das jetzt... Mann, ich hab zu wenig Platz. Was, was können wir löschen? Brauchten wir noch Eier, ist die Frage. Ich glaub nicht. Ja, komm, wir löschen einmal kurz die Eier. Schüsse komische Eier, aber ich will jetzt hier meine Banken hinsetzen. So, Wirtschaft, Bank. Eine Bank, zweite Bank. Da stehen die doch ganz gut, oder? Ich find, die stehen hier gut. So, jetzt gucken wir nochmal... Nein, die stehen da nicht gut. Jetzt können wir hier nicht mehr rüber. Oh mein Gott, ich verbaue mir hier alles. So. Gucken wir mal... Okay, man kann den nicht aktivieren zumindest. Gut, da müssen wir später nochmal nachgucken. Und wir aktivieren jetzt diesen Obelispen hier. Und der sagt uns... Erhalte Bonus-OP beim Bergbau. Okay. Wie viel? Eben haben wir, glaub ich, so 34 bekommen. Nee. Hm, 10. Ist das viel? Weiß nicht. Auf jeden Fall sind wir gleich Level 18. Beziehungsweise Tufer 18. Wenn wir in der Language dieses Spiels reden wollen. Ja, Tufer 18! Dass die sowas Essentielles einfach nicht richtig geschrieben haben. Ohne Witz. Finde ich richtig witzig. So, Tufer 18. Dann können wir uns jetzt auf jeden Fall... Jetzt die Frage, was wollen wir uns holen? Wollen wir uns die Windmühle holen? Die hier irgendwo war? Ich glaube, ich sehe die noch gar nicht. Oder wollen wir uns das Mineralvorkommen holen? Windmühle. Du sagst Windmühle. Aber wo ist die Windmühle? Ich glaube, die habe ich noch nicht, oder? Doch hier, schaltet Windmühle frei. Gut, du warst der Erste von daher. Schalten wir das frei. Der Ackerbauder. Okay, ich glaube, in diesem Obelisken, den wir hier gerade freigeschalten haben oder angemacht haben, levelt man richtig schnell. Ich meine, wir müssen jetzt nur ungefähr... 80? Nein, 90. 90 Steine kaputt kloppen. Dann sind wir schon wieder ein Level up. Ultrakrass. Bin ich mal gespannt, was die Windmühle macht. Süchtig. Spieler spielt drei Stunden lang. Ich habe es erst drei Stunden gespielt. Aber diese Insel hier verstehe ich momentan trotzdem nicht. Guck mal, hier ist auch irgendwas auf dem Boden. Sieht aus wie so ein Ziegel oder so ein Mario-Stein. Ultra strange. Oh, das ist so ein schönes Gefühl, wenn man so viele Sachen hier einsammelt. Aus einem so ein Stein kommen einfach Millionen von kleinen Steinen raus. Mega gut. Und die produzieren ja jetzt hier schneller, gell? Ne, ich glaube, ich habe den Skill noch gar nicht, dass die schneller produzieren, wenn sie nebeneinander stehen. Ne, den muss ich hier erst noch freischalten. Ja, ja, ja. Oh, wenn man dann neun Banken nebeneinander stellt, dann müssten die doch richtig viel produzieren, oder? Oder gilt das immer nur einmal, dass das nicht akkumuliert? Das wäre schade. Boah, ach du Scheiße, können wir viele Ziegel herstellen. Äh, okay. So viele will ich aber gar nicht haben. 30 Ziegel. Goldbarren stellen wir erstmal nicht her. Wir könnten das Golderz abgeben, jetzt wo wir so viel Gold haben. Ich glaube, der wollte 50 Gold für uns haben, ne? Von uns haben. Ja, 50 Gold können wir abgeben. Fehlt einmal noch dieses, diese Schriftrolle da unten und 50 dieser lilanen Teile, wo auch immer man die herbekommt. Ich frage mich, ob es hier auch mehrere Stufen gibt. Also, dass das hier nur Bergbaustufe 1 ist und ob es danach dann noch weiter geht. Wir können auf jeden Fall noch Brot backen. Orangen haben wir auch noch zwei. Blümchen könnten wir ab jetzt auch verkaufen. Oder wir machen daraus Papier. Haben wir noch bei Farm irgendwas? Eier oder so? Ne. Rüben, haben wir zwei Rüben, komm schon. Wir haben nicht mal zwei Rüben. Das ist ein bisschen lame, muss ich sagen. Ne. Absolut nothing. Ihr seht ein armer Schlucker und haben nix. Wir haben ja nix. Wir haben ja einfach gar nix. Ja. Also, wenn die beiden Öfen hier fertig sind oder der Ofen und die Nähmaschine, dann können wir die Windmühle bauen. Das wird ganz toll. Dann können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen Money uns holen. Blümchen behalten wir, glaube ich, erstmal. Was man mit der Scheiße machen kann, gar keine Ahnung. Ob das überhaupt irgendwann nochmal was bringt. Und dann... Oh, wir könnten unsere tausend Münzen hier bei der Fee abgeben. Das hätte auch was, oder? Ob das was bringt? Aber ich will jetzt machen. Hier, nimm alles. Danke, du bist so nett. Gerne. Bitte, nimm dieser Zeichen unserer Dankbarkeit. Kling. Aua. Ja, ein Schaden oder was? Du hast ja richtig den Schaden, du komische Nuss. Ja, und jetzt? Die wahren Schätze dieses Abenteuers sind die Freunde, die wir gewinnen. Was für ein schnulziger Spruch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch einen neuen Schlüssel. Sie hat uns eine Truhe gegeben. Ob sich das lohnt? Für tausend fucking Münzen ist schon mega teuer irgendwie. Oh, wir können sogar einen herstellen. Bau doch zwei Rüben ab. Das ist natürlich... Das wäre ja zu einfach. Aber du hast recht. Guck mal, hätte ich dich nicht. So, zwei Rüben, dann können wir die auch sofort abgeben. Und müssen uns darum auch nicht mehr kümmern. So, zwei davon. Stimmt, man sollte sich vielleicht mal auf eine Sache konzentrieren. Wir brauchen noch 18 Eier und 11 Weizen. Das sind ein paar Eier. Eier, Eier, Eier. Hier, gib mir dein Ei. Wir gehen jetzt... Wir feiern jetzt ein spätes Ostern. What the fuck? Wieso gehst du durch das Haus durch? Und sammeln jetzt erst unsere Eier? Macht ihr das eigentlich? Habt ihr zu diesen Ostern Eiern gesammelt? Oder seid ihr das schon zu alt für? Obwohl ich ja der Meinung bin, dafür kann man gar nicht so alt sein. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr keine Eier gesucht. Aber nur weil es zu kalt war. An der Ostsee. Sonst finde ich das... Also ich suche keine Eier. Aber Süßigkeiten oder sowas verstecken meine Eltern dann schon gerne. Ich finde das witzig, die irgendwie zu suchen. Da aber halte ich mir auch das innerliche Kind bei irgendwie. Denn Let's see, hier hat sich gar nichts verändert. Gibt es denn hier neben noch eine Insel oder war es das dann von den Inseln her? Guck mal, hier kann man nicht noch mehr Inseln holen. Sehr strange. Können wir uns noch eine Insel kaufen? Hatten wir nicht noch irgendeine, die nur 400 gekostet hat? Ja, hier zu 320. Alter, eine große Rübe. Da muss ich hin. Rübenmeister, Rübenmeister. Ich bin der Fisch des legendären Desidius. Aber zunächst, wir eröffnen dann erstmal... Ich mache viel zu vieles gleichzeitig schon wieder. Äh, wir öffnen erstmal die Truhe hier. Wenn wir die schon freischalten. Na, was hast du Schönes? Eine kleine Fee. Die Feen-Aura für passive LP und Ausdauer-Video. Oh, Ausdauer-Erholung. Da bin ich gespannt. Geht unsere Ausdauer mit der Zeit hoch? Oder kommt das so ein Schüben? Sehe ich jetzt nichts von. Aber vielleicht verlieren wir jetzt weniger Ausdauer mit der Zeit. Aber vermutlich nicht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Die Ausdauer geht sowieso irgendwie viel zu schnell runter, meiner Meinung nach. Du musst auch, um Eier zu finden, nur nach unten gucken. Ja gut. Aber ich suche gerne andere Eier, nicht meine eigenen. Das ist viel witziger, andere Eier zu suchen. Oder so. Jetzt haben wir erstmal das Weizen. Wäre einfacher. Ja, aber Weizen ist hier so mega... Selten irgendwie auch. So wie Gold. Alles ist selten. Immer wenn man irgendwas braucht, dann ist es selten. Achso, warte. Wir haben ja jetzt hier alles hergestellt. Wir können uns eine Windmühle bauen. Windmühle. Wo soll denn die Windmühle hin, Leute? Haben wir eine Windmühlenstadt irgendwo? Eine Windmühle in der Wüste. Ist das gut? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich setze meine Windmühle auf diese Stadt hier, oder? Auf diese Insel. Irgendwie sind mir die Inseln auch viel zu klein. Ich sammle die Eier von anderen. Jaja. So einer bin ich. So, wir bauen jetzt hier die Windmühle hin. Äh, Klock. Wow. 26 XP haben wir dafür bekommen. Ach, hier kriegt man die Setzlinge her. Ah. Aha. Wir können Baumwollsamen machen. Okay, komisches Samen hier überall. Okay, und diese Heilung von der Fee kommt schubartig. Gut zu wissen. Hä, da müssen wir richtig viele Zitronen sammeln. Wo hat man denn Zitronen herbekommen? Ich glaube, aus Bäumen, oder? Die sind einfach irgendwann gespawnt, glaube ich. Wenn man Bäume kaputt gemacht hat. Oder so, gar keine Ahnung mehr. Wir können auch diese Kakteen einfach mal ein bisschen farmen. Davon brauchen wir, glaube ich, auch 50 Stück. Sammeln macht Spaß, denn Sammeln ist toll. Apropos Sammeln. Kennt ihr Pokémon, Leute? Da sammelt man ja Pokémon, nicht wahr? Wenn ihr ein Pokémon als Haustier haben könntet, welches würdet ihr nehmen? Ich finde, das ist eine sehr schöne Frage. Wenn ihr ein Pokémon als Haustier, also wirklich als Haustier, nicht zum Kämpfen oder sowas, sondern einfach nur als Haustier, so zum Streichen und Liebhaben und was weiß ich. Welches Pokémon würdet ihr dafür euch wählen? Wenn es wirklich Pokémon gäbe. Das würde mich mal interessieren. Den musst du mit dem Elektrostab aufladen. Nicht spoilern! Pikachu, okay. Pikachu, Evoli. Einfach die Klassiker, ja? Dann hat Nintendo ja alles richtig gemacht mit Let's Go Pikachu und Evoli hier. Ah, ich habe hier wieder keinen Platz. Aber die sind halt auch mega süß. Habt ihr da noch eine Begründung, warum ihr diese Pokémon als Haustier nehmen würdet? Oder einfach nur, weil sie süß sind und man mit ihnen knuddeln kann? Oh, das wird so lange dauern. Wir brauchen noch zwei Orangen und ganz viele Kakteen. 24 Kakteen. Machen wir das doch erstmal als erstes. Einfach wo Pokémon hier im nächsten Monat, ich glaube in ein paar Wochen oder so, kommt ja Meisterdetektiv Pikachu raus, gell? Da freue ich mich mega drauf. Finde ich zwar komisch, dass Deutschland wieder das einzige Land ist, das Meisterdetektiv Pikachu sagt, ich glaube in jedem anderen Land heißt das einfach Detektiv Pikachu und die Deutschen machen wieder Meisterdetektiv Pikachu draus. Und die Deutschen waren ja glaube ich auch die einzigen, die das Pika Pika, das originale Pika Pika aus dem Film, einfach synchronisiert haben. Irgendwie richtig lächerlich. Da sind die Deutschen manchmal sehr komisch drauf. Aber da freue ich mich mega drauf auf den Film. Also von den Trailern, die ich gesehen habe, das sah alles richtig cool aus. Wenn die Story dann noch mithalten kann, dann wird das bestimmt mein Film des Jahres irgendwie. Nachdem ich jetzt von Drachen 10 leicht gemacht 3 ein bisschen enttäuscht worden bin, muss ich sagen, freue ich mich da sehr drauf. Und Pets, Pets 2 kommt auch raus, da freue ich mich auch mega drauf. Freut ihr so, Leute? Freut ihr euch auch auf irgendwelche Filme? Was sind eure Must-Watch-Filme dieses Jahr? Oder diesen Sommer? Echt jetzt? Jetzt ist mein Inventar einfach wieder voll? Okay, ich muss dringend mir mehr Inventarplatz hier holen. Königskleidung. Oh, wir können uns noch einen Geldbeutel holen. Mit acht Faden. Machen wir das auch einfach mal. Pikachu ist auch eines meiner Lieblings-Pokémon. Auf meinem Discord sind auch eigentlich nur Pikachu-Remotes irgendwie. Weil er zu süß ist. Ich habe auch richtig viele Pikachu-Plüchtiere hier. Ich habe so eine ganze Pikachu-Familie. Ich habe die früher immer gesammelt. Ich habe locker 20 Stück davon. Ja, endlich Stufe 19. Äh, ich meine Stufe 19. So, hier ein bisschen abfarmen. Aber anscheinend kommen diese Knochen-Dudes nicht wieder raus. Nur wenn man, wenn man die Gräber hier abfarmt. Hol dir langsam mal die Feuerspitzhacke. Ja, weißt du, was man dafür alles braucht? Oh, wir haben eine Schaufel. Ja, Lul. Machen wir die einfach mal. Inventar voll. Wie immer. Danke, Spiel. Ich weiß langsam, dass mein Inventar voll ist. Ist das nervig, ey. So, jetzt holen wir uns erstmal den, den, äh, Geldbeutel hier. Hä? Moment. Hä? Nein! Ich hatte eben noch Smaragnotopasse, oder was? Oh, ich bin so blöd. Gib mir meine Smaragnotopasse wieder. Alter, da geht Scheiße. Oh Mann. Ich brauche mehr Platz. Ist doch alles kacke. Eine Schaufel. Dankeschön. Grabe ein Loch, um Feldfrüchte zu pflanzen, oder Items zu finden. Items zu finden? Kann man hier überall graben, oder was? Ja! Geil! Sand! Okay, dann können wir ein toller Farmer werden. Okay, gut zu wissen, ist mir aber gerade ein bisschen zu nervig. Dafür sind dann die Dinger in der, in der Mühle wahrscheinlich. Au, au. Kann man sich da die Dinger holen und dann einpflanzen? Was war jetzt nochmal mein Ziel? Ach ja, ich wollte ein paar Cockteen holen und ich wollte... Was wollte ich noch? Eier wollte ich holen. Und Weizen. Das waren, glaube ich, gerade meine Ziele, gell? Eier, Mehl und Weizen und ab und zu ein Kaktus. So. Jetzt sollten wir doch langsamer genug Eier haben, oder? Ich hab mein ganzes Leben gedacht, zwei Eier lang, aber nope. Dieses Spiel verlangt einfach 50 Eier. Ne, es fallen immer noch zwei. Meine Fresse! Das dauert hier so lange. Spielst du Brawl... Was? Brawl... Brawl Stars? Ich glaub, du meinst... Also mit... Mit AW... AW, ne? Dieses komische Smash-Spiel. Joa, ab und zu. Neulich mit dem Kloxen gespielt, aber... Der... Der hatte keine Schnitte gegen mich und deswegen... Ist er dann später mehr oder weniger gewaged quittet. Wenn ich dann einen netten Gegner hab, dann... Dann macht mir das auf jeden Fall auch mehr Spaß. Also ja, wenn... Wenn ich einen guten Gegner hab, dann... Dann ist das ein tolles Spiel. Ich sollte essen. Na gut. Okay, wir haben ja wieder ein Skill hier, ne? Die Orangen musst du anpflanzen. Aber die kann man auch so irgendwo finden. Und ich wüsste gern, wo. Wir haben hier noch Ackerbau. Lobe. Was haben wir da drüben? Mineralvorkommen. Das find ich noch ganz interessant. Diesen Steinvorkommen. Schaltet Feuerschalen frei. Was auch immer das sein soll. Gebäude kosten weniger Stahl. Und Ziegel. Aha. Blumenpresse. Was auch immer. Königstahl. Königskleidung. Hier ist die Königskleidung. Dann hol ich das auf jeden Fall. So, okay. Dann haben wir jetzt diesen Königskack. Und dann können wir endlich mal unseren... unseren Inventarplatz ein bisschen erhöhen. Und zwar eine Königskleidung. Für eine Königskleidung... Ach du Scheiße. Okay, ganz viele von diesen Rubin-Dingern und so. Und vier Leder. Wir können genau vier Leder herstellen. Dann müssen wir jetzt ein paar dieser Dinger, der Steine hier abbauen. Und hoffen, dass da Amethysten und so ein Kack drin ist. Und die darf man diesmal dann nicht verkaufen. Hol dir mal einen Tresor. Das hilft. Darf ja nicht spoilern. Ich kann mir halt unter dem Tresor gar nichts vorstellen. Ich konnte mir nur was vorstellen, dass wenn man stirbt, dass da dann halt Geld drin bleibt oder sowas. Aber der Kero meinte ja schon, dass man, wenn man stirbt, einfach überhaupt gar nichts passiert. Und man nicht mal seine Sachen verliert und so. Aber wenn du sagst, das bringt was, dann schaue ich mir das gleich mal an. So, haben wir jetzt alles. Wir haben... 1 Maragd. Wir haben einen Topaz. Wir haben... Ne, Rubin fehlt noch. Und andere Sachen auch. Wie viel kostet das Spiel? 19,99 bei Steam. Oder wenn du ganz nett bist, dann kaufst du das über Humble Bundle. Da kostet es genauso viel. Aber da kriege ich dann noch... ein bisschen was ab. In der Videobeschreibung findest du einen Link zu Humble Bundle, falls du das kaufen willst. So. Acht Fäden. Wo sind denn jetzt meine Fäden schon wieder hin? Was habe ich denn mit meinen Fäden gemacht? Jetzt ohne Witz. Wieso sind meine Fäden einfach wieder weg? Ah, ich finde das alles blöd hier. Okay, warte, warte, warte. Wir haben gleich einen Inventarplatz mehr. So, du willst zwei Eier. Okay, Eier abgeschlossen. Wildbeuter. Die Dinger hier weggeben. Orangene haben wir keine gefunden, weil wir ein Stummkopf sind. Äh, acht Fäden. Wir können herstellen. Mann, jetzt brauche ich Fasern oder was? Gib mir diese blöden Fasern. Immer fehlt irgendwas. Danke, so. Können wir zwar nicht aufheben, weil mein Inventar wie immer voll ist. Aber sonst? Kann ich hier irgendwas wegschmeißen? Irgendwas Unnötiges? Ach, warte, der Tresor ist wahrscheinlich wie eine Kiste. Und da kann man Sachen einlagern. Damit ich nicht immer alles in meinem Inventar mit rumschleppen muss. Ist es das? Ist damit eine Ressource auf der ganzen Map, die du zuerst reingetan hast? Ach, lol. Oh, ey, mein Inventar ist doch kacke. Ich mag das überhaupt nicht. Das Blöde ist, wir brauchen immer noch einen Platz mehr. Weil wir das Leder nicht aufheben können. Mann, dann schmeißt halt die Eier hier weg. Mir doch egal. So, tschüss Eier. Und wir holen uns den Geldbeutel. Schön. Bisschen Fortschritt hier. 18 Jahre alt verwechselt Zitronen mit Orangen. Die sehen halt auch aus wie Orangen. So. Genauso wie die Kühe hier aussehen wie Schweine. Alles komisch in diesem Spiel. Oder ich hab ein ganz komisches Weltanschauungsbild. Bist du fertig? Dankeschön. Ich hab schon wieder vergessen, was der machen kann, aber egal. Münzen sind 75% mehr wert. Mega gut. So, Leute. Und jetzt? Jetzt wollten wir großen Rucksack herstellen. Dafür brauchen wir wieder Fäden. Wofür wir schon wieder zu wenig Dinger haben. Ein Glück sind diese Baumwolldinger hier überall. Ich fühl mich so ein bisschen wie ein Neger gerade, weil ich die ganze Baumwolle hier abfahren muss. Noch ein paar Fäden. Dann sollte das mal lang. Wir haben wieder keinen Platz, weil alles doof ist hier. Mein Inventar ist voll, Mama. So, und dann brauchen wir noch dieses Königskram. So, stell her. Was? Achso, Königskleidung. Klink. Und dann geht's uns, glaube ich, gut. Wehe, das bringt uns nur zwei Inventarplätze oder so. Das bringt nur zwei. Na, GG. Naja, zwei Plätze habe oder nicht habe. Ich will mich mal nicht beschweren. Noch eine Zitrone. Wie viele Zitronen brauchten wir noch? War das nur noch eine oder waren das zwei, die wir noch brauchten? Ich laufe viel zu häufig in die Abenteuer-Gilde hier rein. Uh, abgeschlossen. Und fünf von den Kakteen. Die sollten wir auch sehr schnell hinbekommen. Zwei. Fehlen noch drei. Haben wir Weizen? Habe ich gerade abgegeben, ne? Guck mal hier, wir können Rübensamen herstellen. Ja, geil, mach. Damit der auch mal was zu tun hat. Ich habe die Mühle gebaut und nie was mit der gemacht. So, sechs. Ein paar fehlen noch. Und wir können uns gleich mal eine neue Insel kaufen. Wir haben richtig viel Geld irgendwie. Ist da vielleicht noch irgendwo ein Kaktus? Kaktus? Kaktus, hallo? Kein Kaktus. Das macht mich sad. So. Ich habe schon wieder vergessen, was ich machen wollte. Oh nein. Wolfi, sag mir, was ich machen muss. Königlich. Achso, hier, mein großen Rucksack. So. Haben wir schon mal mehr Platz? Das finde ich schon mal schön. Wir können auch ein bisschen Glas herstellen. Und dann machen wir den Tresor. Dafür müssen wir aber ein Level aufsteigen. Gab es sonst noch irgendwas, was wir machen wollten? Wir können nichts bauen. Wir können Sachen abgeben. Äh, ich, ich wollte Kakteen holen. So langsam ist mein Kopf am rummelden hier, weil das so warm ist in meinem Zimmer. Wir sind nirgendwo Kakteen. Super lame. Die Kakteen abgeben. Ja, aber ich glaube, ich brauchte acht Kakteen, ne? Und nicht nur sechs. Kling, klonk. Da, ein Kaktoos! Genau vor meiner Fresse. So, das sollte ich jetzt lang. Kakte... Ach nee, nur fünf. Ja, lol, kiki. So, haben wir die auch weg? Das ist auch schön. Wir brauchen nie mehr Kakteen, ja. Der will doch die Dinger. Dann können wir davon auch nochmal drei sammeln. Dann hätten wir die auch fertig. Von den Weizen. Dann können wir die endlich mal für uns benutzen. Wo man dieses Lila-Ding herbekommt. Keine Ahnung. Gut, äh, dann sagt mal, welche Insel ich als nächstes kaufen soll. Wir haben ja relativ viel Geld. Wir hätten hier zur Auswahl eine 1920er Insel. Wir hätten zur Auswahl eine 900er Insel, eine 1710er Insel, eine 1770er Insel und eine 2050er Insel. Habe ich die? Loi, wir haben ja noch eine andere Insel. Wieso bin ich da denn nicht hingegangen? Wir wünschen seit Ewigkeiten diese Rübeninsel hier drüben. Und keiner sagt was. Und keiner sagt, dass wir die Insel hier noch haben. will einfach keiner sehen. Das ist eine langweilige Insel. Ähm, bauen, fahren, Brücke. Klum, 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 klum. Die! ARD Text im Auftrag von Funk